So, das passt schon. Ich lasse alle sterben, außer meinen Wladimir, weil Wladimir Yumi sowieso OP ist. So am Auge kratzen, ganz entspannt. Alter, wie lange wollen wir hier noch in der Fountain bleiben? Kurze Frage, so am Rande. Gut, ich meine, wir können auch für immer Fountain diven, mich stört's nicht. So, Boys, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hui, ich bin schon voll raus, was ist los? War doch nur ein paar Tage. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, es gibt wieder... Yumi ist dran, Z bis A, ihr wisst Bescheid, Boys, ich kann komplett raus, ich bin im Umzug. Ich hab Stress, ihr seht, neuer Hintergrund, ha? Mal was anderes als die weiße Wand, jetzt seht ihr den offenen Raum. Ich hoffe, das ist auch mal nicht schlecht. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir rein ins Game, jetzt wird nicht mehr gelabert, jetzt gibt's Tryhardt. Eventuell habe ich Conqueror dabei, aber macht doch nichts, macht doch nichts. So rein, da, sofort. Mein Kill, mein Kill, einfach mein Kill, ich bin einfach besser. Ich war einfach besser gerade. Ähm, Conqueror ist natürlich sehr gut. Dadurch, dass ich so oft meine Q und sowas hitten kann, ähm... Wird das verbessert und... Ach, was soll ich sagen, ich hab gefehlt. Lassen wir es einfach so, ich hab gefehlt. Äh, boy, der ist am Inten, ha? Ich spamme einfach mein Heel durch, ich spamme einfach mein Heel durch. Eventuell habe ich zwischendurch ein paar Disconnects, aber... Äh, das werde ich die Tage auch noch in den Griff bekommen, denke ich mal, hoffe ich mal, will ich mal. Wir gehen direkt straight up, Rabadons, was soll der Geiz? Ich tanke, Brudi, ich tanke. Executed, let's go. Easy, so macht man das. So kriege ich mein Easy Backport und er kriegt so einen Kill, ne? Das war Teamwork. Teamwork on fleek. Brudi, hol sie dir alle. Ult ist da, Ult ist da, Ult ist da. Und jetzt bin ich auf dem drauf, macht mir gar nichts. Easy, peasy, fleasy, cheesy, kiesi, miesi. All me, wie ihr gesehen habt. All me. What the fuck? Ich war einfach stuck in der Wand. Hier so Exhaust muss rauf. So, Exhaust ist drauf. Jetzt kann ich mich ganz gechillt am Auge kratzen. Ab und zu haue ich meine E hier drauf und kann mich weiter am Auge kratzen. So, das passt schon. Ich lasse alle sterben, außer meinen Wladimir, weil Wladimir Jumi sowieso OP ist. So, am Auge kratzen, ganz entspannt. So. Und währenddessen macht mein Wladimir ein Typical, weil ich immer nur E drücken muss. Aced. Ah ja, läuft doch, oder? Also, all me. All freaky me, conquer you me. Ich hab's euch gesagt. Ich heal dich, mein Bruder. Ich heal dich, mein Bruder. Aber mehr kann ich nicht. Bruder, bitte nicht sterben. Bruder, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Danke. Holy shit. Okay, meine Healings sind noch nicht genug. Ich, ihr hört's vielleicht, ich spam eh und ihr seht's auch hier unten die ganze Zeit. Ich spam eh, ich spam eh, ich spam eh, wie sonst was. Wie sich, all me. All me. Ist einfach so. Aber da mal ein Ward und hier und jetzt exhausten wir gleich die Kaiser, wenn sie in Range kommt. Äh, Bruder, ich glaub, wir sind eventuell in Trouble. Naja, ghost hier mal lieber weg. Bruder, ich kann nicht mehr healen. Äh. Und falls meine Stimme sich ein bisschen anhört, tut mir leid, ich bin ein ganz klein bisschen erkältet. Passt schon, passt schon, passt schon. Aber mein Heal ist irgendwie noch nicht so groß, hab ich's Gefühl. Näää. Machen wir das hier rein. Hier geben wir ihm noch mehr AP. Naja, läuft, mein Team. Äh, ich mach das natürlich alles solo. Was für mein Team. Eigentlich müsste da Quadra Kill Yumi stehen. Hey, hey, du bringst mich um, wenn du da in die Fountain reingehst. Das weißt du schon, oder? Ja, hab ich, hab ich gekillt. Solo Kill, ich sag's euch. Solo Kill. Nicht in die Fountain reinschmeißen, dankeschön. Zum Glück ist der Alistar Trash. So, dann ab jetzt dominieren wir einfach nur noch der... Ey, Brudi, 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 ich bin doch auch mit dir hier drauf. Mach keine Faxen, bitte. Mach keine Faxen. Ähm. Aber das ist ganz komplexes Champion, die sein kann. Ich kann euch sagen, ähm... Ihr müsst jahrelange Erfahrung haben, um das hier zu tun, was ich euch gerade zeige. Das ist nun mal einfach so. Ihr braucht ja... Ey, ich tanke, warum tanke ich die Kacke? Äh... Ah, wow, wow, wow. Hab ich einmal kurz nicht aufgepasst, siehst du? Einmal nicht gut, einmal kurz nicht aufgepasst. Boys und Girls, ähm... Vergesst nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Es läuft immer noch. Und manche von euch haben es vielleicht mitgekriegt oder haben einfach keinen Bock. Es gibt zwei Skins zu verlosen. Einmal, indem ihr auf dem Discord euren besten Urf-Clip einsendet. Und ich die dann bewerte und der beste Clip gewinnt, ein Skin. Und zweitens eben das ganz normale, wie ihr es schon kennt, aber nehmt auf jeden Fall bei beidem die Chance. Bisher gibt es nur eine Person, die einen Urf-Clip eingesehen hat. Und ihr könnt da rein theoretisch 500 Clips einsetzen. Würde ich euch nicht empfehlen, aber rein theoretisch könnt ihr das tun. Und deswegen ist Yumi im Urfeld einfach Legende. Ihr könnt hier talken, mocken, schmocken, während ihr die Gegner outplayt nach Strich und Faden. Ihr seht's. Ihr seht, was ich hier gerade mit denen veranstalte, oder? Ihr seht's doch hoffentlich. Naja, ganz klar, ganz klar. Habe ich die gerade outplayt, habt ihr gesehen? So QE, 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 QE. Ah, you have slain an Enzemi. Haha, all me. Okay, ich gebe zu, Vladimir Yumi ist auch ne eklige Kombo. Es ist auch wirklich ne eklige Kombo. Ähm, Ult, Exhaust drauf. Exhaust ist so ekelhaft in Urf. Oh, Brody. Hieldich, 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 danke. Zack, und ich mach diesen hier. Lass mal ein Ward da, man weiß ja nie, für was man ihn braucht. So, und mach meine E die ganze Zeit hier drauf. Äh, ich tanke, by the way. Jaja, gehen wir mal lieber schnell. Ähm, und das ist mein Ende, ne? Jaja, jetzt bin ich tot. Let's go, let's go, let's go, buddy. Wir brauchen den Drake. What? Ein Vladimir mit einer Yumi und einer Ocean Soul. Ja, das ist ja okay. Das ist straight up okay. Ich hab sie gekillt, weil ich halt auch der Carry in dem Team bin. Ganz klar. Und Spellbinder lädt sich halt so krank schnell auf im Urf. Das ist ja abartig. Ne fucking Ocean Soul auf dem Vladimir mit einer Yumi. Oh, disgusting. Is fucking disgusting. Ich weiß gar nicht, wen ich hier fokussen soll, um ehrlich zu sein. Äh, ich brauch einfach meine Q mehr rein und fertig. Glaub ich. Naja, passt schon so. Igniten wir die mal. Wird schon irgendwie Spellbinder raus. Äh, 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 äh. Typical. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich drück die ganze Zeit einfach nur QE, 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 ohne was zu machen. Grüße gehen raus an Vladimir. Er macht hier die Arbeit. Ich unterstütze ihn einfach nur. Oh. Hehe, sie kommt einfach nicht weg. Wirklich, ich spame die ganze Zeit nur eh. Ihr hört es vielleicht und ihr seht es auch über meine Lebensanzeige hier. Rettability is not ready yet. Weil ich nichts anderes die ganze Zeit mache. Udi, ich tank das doch, wenn du da reingehst. Oh, ich tank das nicht, obwohl ich ihm Schaden zufüge. Okay. Ich tank das nicht, obwohl ich ihm Schaden zufüge. Fang. Dachte ich, würde das tanken. Alter, wie lange wollen wir hier noch in der Fountain bleiben? Kurze Frage so am Rande. Hm. Gut. Ich meine, wir können auch für immer Fountain diven. Mich stört es nicht, so. Gigi Wellplay. Hahaha. Hahaha. Oh Mann, Boys. Hahaha. Oh Mann, war das geil. Hahaha. Oh, das ist halt wirklich geil. 10 Win XP Bus, ja danke dafür. Ja, ja, die Token ist nämlich mit. Gigi Wellplay. Oh, das hat mega Spaß gemacht. Also wenn ihr die richtige... Fast viel damage wieder, wieder Thresh, let's go. Also wenn ihr die richtige Kombi mit Yumi habt, dann macht es extrem Spaß, wirklich. Hier, Vladimir, ist halt wirklich einer der stärksten Kombos. Ich würde sagen, ihr, ganz wichtig, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von dem Licht bisher? Ich weiß, ich weiß noch relativ improvisoisch, hier so die Wand beleuchtet, whatever. Und jetzt seht ihr auch mal im Hintergrund hier mein Bett und die Fenster, die Rolllinnen, habe ich jetzt runtergemacht, sonst würde das Licht so strahlen. Aber, ähm, dann würde ich sagen, lasst dem Video ein Like oder ein Dislike da, je nachdem, ob es euch gefallen hat, nehmt auf jeden Fall ein Gewinnspielteil. Ganz wichtig, äh, ich will nicht, dass irgendwer am Ende, es bereut, es läuft bis zum Ende des Monats, ich habe es schon mal länger gemacht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. So, das Video ist jetzt vorbei. Schaut doch noch in ein anderes rein. So, und wenn ihr schon dabei seid, haut doch noch ein Like und Abo rein, was immer das auch ist. Wann kriege ich eigentlich jetzt mein Geld?